Was ist der Unterschied und was muss ich dabei beachten? Wir haben unsere Gründungsberaterin Daniela Dusel gefragt. Nicht jedes Unternehmen ist im Handelsregister eingetragen. Ein Gewerbebetrieb tritt oft mit einer Geschäftsbezeichnung am Markt auf, während ein Handelsregisterunternehmen offiziell immer die Filmierung nutzen muss. Und was ist, wenn mein Firmenname nicht zulässig ist? Muss ich dann den Namen, den ich seit vielen Jahren benutze, noch mal ändern? Theoretisch können Unternehmen beide Namensgebungen parallel verwenden. Das heißt, auf der einen Seite die Geschäftsbezeichnung, wie ein Logo, ein Schriftzug. Das können Sie auf Ihren Papieren natürlich auch eindrucken, aber abgesetzt von Ihrer Anschrift. Im Anschriftenfeld muss immer die Filmierung stehen, das heißt der im Handelsregister eingetragene Name. Und wie kann ich meinen Firmennamen konkret prüfen lassen? Sie gehen bei uns auf die Internetseite www.wurzburg.ihk.de slash Firmenvoranfrage. Dort füllen Sie alle erforderlichen Daten aus und kriegen von uns innerhalb kürzester Zeit, in der Regel innerhalb von drei Tagen, eine Kostenfreie Stellungnahme. Und diese nehmen Sie bitte mit zu Ihrem Notar zur Beurkundung. ök repetitive K nesten K desto K nesten Karten Kildare